Was ist die Letztbegründung der Ethik? Ein deutscher bedeutender Philosoph, der uns noch sehr nahe steht. Er ist erst 2017 gestorben und der hier versucht an Letztbegründung. Wenn ich hier das kurz vortrage, dann beziehe ich mich darauf auf den zweiten Band seiner Transformation der Philosophie. Das ist eine Aufsatzsammlung im Übrigen und den Aufsatz als a priori der Kommunikationsgemeinschaft. Darauf beruht jetzt fast alles, was ich hier so erzähle. Also, Apel will das Grundprinzip der Ethik im Zeitalter der Wissenschaft sozusagen eruieren in seinem Werk. Die Begründung ist dabei bei ihm transzendental. Das heißt, es werden die Bedingungen der Möglichkeit und Gültigkeit der Feststellung empirisch-wissenschaftlicher Fakten als auch aller menschlichen Ansprüche überhaupt herausgearbeitet. Dabei handelt es sich um kein empirisches Faktum, sondern die Erkenntnisse sind a priori. Das heißt, vor aller Erfahrung lässt sich begreifen, dass die Begründung trifft. Dabei transformiert Apel eine Philosophie, die vom Einzelbewusstsein ausgeht, hin zu einer Philosophie intersubjektiver Verständigung. Zugleich liefert er somit seinem Ansatz eine Letztbegründung der Ethik. So, die damalige Situation in der Zeit des Buches, also 1976, die schätzt er so ein, dass die allgemein verbindliche Ethik noch nie so dringend gewesen wäre. Nämlich, man braucht globale überstaatliche Lösungen für verschiedene Probleme, um universelle Probleme zu bewältigen. Also, sie ist noch nie so dringend gewesen, eine allgemein verbindliche Ethik. Auf der anderen Seite aber ist eine Ethik seiner Meinung nach noch nie so schwierig, ja aussichtslos zu erreichen gewesen, wie jetzt. Eine intersubjektive, gültige Ethik solidarischer Verantwortung scheint für ihn zugleich auf den ersten Blick notwendig und unmöglich zu sein. Das ist also ein bisschen ein Paradox. Er stellt sich die Frage, ob es wirklich stimmt, dass moralische Verbindlichkeit nur durch Gewissensentscheidungen einzelner erreichbar ist und wie dann überhaupt die Überführung in eine solidarische Verantwortung gelingen kann. Für Apel ist es entscheidend, einen Weg zu finden, ethische Grundnormen zu eruieren, die es für jeden Einzelnen zur Pflicht machen, in allen praktischen Fragen die Übereinkunft mit anderen Menschen zu suchen und sich dann an diese Übereinkünfte auch zu halten. Für ihn ist klar, dass wenn ein ethisches Prinzip nicht sowohl normativ verbindlich als auch intersubjektiv ist, es nicht möglich ist, aus einer bloßen privaten Sphäre herauszukommen. Er listet dann die Punkte auf, die es seiner Meinung nach nach der analytischen Schule der Philosophie unmöglich machen, eine normative Ethik zu begründen. Und diese Punkte, die wird er dann später wieder legen, da gehe ich dann gleich drauf ein. Also, warum meint die analytische Schule, dass eine normative Ethik nicht möglich ist, zu begründen? Das sind folgende Punkte. Erstens der Punkt, aus Tatsachen lassen sich nicht auf ein Sollen schließen. Der zweite Punkt, Wissenschaft handelt von Tatsachen, da ist eine inhaltliche Begründung von Normen durch sie nicht möglich. Drittens, nur die Wissenschaft liefert objektives Wissen, das intersubjektive Geltung hat. Für Ethik ist das gar nicht möglich. Apel weist nun sozusagen von der Hermeneutik darauf hin, dass sich zum einen die Gegenstände der Humanwissenschaften nicht ohne eine vorgängige Wertung konstituieren lassen. Und genauso jede wissenschaftliche Theorie überhaupt bereits auf normative Vorschriften, nämlich zum Beispiel ideale Definitionen des Gegenstandes, zurückgreifen müssen. Apel meint, wer menschliches Handeln verstehen will, muss sich zumindest im Sinne der Mitverantwortung, der Handlungsintention kommunikativ engagieren. Aber, so Apel, daraus, dass die Lebenswelt immer sprachlich ausgelegt ist und dass a priori die umgangssprachliche Verständigung im Kontext der Lebenswelt die nicht hintergehbare Bedingung der Möglichkeit und intersubjektiven Gültigkeit jeder denkbaren Philosophie und wissenschaftlicher Theorie ist, bedeutet das aber nicht ein Universalanspruch der Hermeneutik. Es zeigt sich aber, dass die moderne Scheidung von wertfreier, objektiver Wissenschaft und privater Moral unhaltbar ist. Allerdings muss die Begründung der Ethik seiner Meinung nach schon geleistet sein, bevor man die Humanwissenschaft als Werkzeug der Ethik einsetzt. Apel behauptet jetzt aber weiter, dass nicht nur in jeder Wissenschaft, sondern in jeder Problemerörterung überhaupt, sofern sie mit rationalen Argumenten begangen wird, die Geltung universaler ethischer Normen bereits vorausgesetzt ist. Denn die Geltung von Argumenten kann nur erreicht werden, wenn eine Gemeinschaft von Denkern vorausgesetzt wird, die sie überprüft und zur Konsensbildung und intersubjektiver Verständigung befähigt ist. Auch der einsamste Denker muss sozusagen noch im Gespräch mit seiner Seele den Dialog einer potenziellen Argumentationsgemeinschaft pflegen und bleibt abhängig von einer prinzipiell unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft. Denken ist in dieser Sicht streng genommen keine Privatsache, sondern eine öffentliche Angelegenheit. Als moralische Grundnorm gilt hier, dass die Argumentationsgemeinschaft die wechselseitige Anerkennung aller Mitglieder als gleichberechtigte Kommunikationspartner voraussetzt. Die Argumentationsgemeinschaft ist die Bedingung der Möglichkeit aller Wissenschaft und Ethik und ihrer Normen. Soll eine Argumentation nun überhaupt Sinn haben, so meint Abel, muss eine Einigung auf eine untersubjektive Interpretation prinzipiell möglich sein. Er selbst versteht seinen Ansatz als eine kritische Transformation der Transzendentalphilosophie, die von einem a priorischen Faktum der Argumentation als einem nicht zu hintergebaren Ausgangspunkt ausgeht. Für ihn setzt jeder, der auch nur sinnvoll handelt, die logische und moralische Bedingungen der kritischen Kommunikation implizit bereits voraus. Das Akzeptieren der Spielregeln der kritischen Kommunikationsgemeinschaft ist darum kein empirisches Faktum, sondern Bedingungen der Möglichkeit und Gültigkeit der Feststellung empirisch-wissenschaftlicher Fakten. Jeder, der spricht oder überhaupt auch nur sinnvoll handelt, nimmt bereits an einer virtuellen Diskussion teil und muss die Teilnahme an jedem transzendentalen Sprachspiel der transzendentalen Kommunikationsgemeinschaft in jedem Augenblick willentlich bekräftigen. Im a priori der Argumentation liegt der Anspruch, nicht nur alle Behauptungen der Wissenschaft, sondern aller menschlichen Ansprüche überhaupt zu rechtfertigen. Wer argumentiert, anerkennt implizit die Ansprüche aller Mitglieder der Kommunikationsgemeinschaft, die durch vernünftige Argumente gerechtfertigt werden können und verpflichtet sich auch, alle eigenen Ansprüche an andere mit Argumentationen zu rechtfertigen. Hier besteht nach Apel die Verpflichtung an alle, die kommunikative Kompetenz erworben haben, in jeder Angelegenheit, welche die Interessen anderer berühren, eine solidarische Übereinkunft zu suchen. Damit hält Apel den methodischen Solipsismus auf dem Gebiet der Ethik für überwunden. Wer argumentiert, setzt eine reale Kommunikationsgemeinschaft voraus, deren Mitglied er selbst durch einen Sozialisierungsprozess geworden ist und zweitens eine ideale Kommunikationsgemeinschaft, die prinzipiell dazu imstande ist, den Sinn der Argumente adäquat zu verstehen und ihre Wahrheit definitiv zu beurteilen. Hieraus ergeben sich für Apel zwei grundlegende regulative Prinzipien. Erstens, jeder Mensch muss in allem Tun und Lassen darum bemüht sein, das Überleben der menschlichen Gattung als der realen Kommunikationsgemeinschaft zu sichern. Und zweitens muss er danach trachten, die ideale Kommunikationsgemeinschaft zu verwirklichen. Auch in der einsamsten ethischen Entscheidung gibt es nach Apel kein besseres Mittel, als in eigener Selbstverständigung die mögliche Kritik der idealen Kommunikationsgemeinschaft zur Wirkung zu bringen. Apel hat später in dieser Diskursethik einen Teil B hinzugefügt. Und zwar, da in der realen Kommunikationsgemeinschaft keine idealen Diskursbedingungen bestehen, sondern zum Beispiel oft durch rein strategische Motive der Diskurs, sondern diese oft durch rein strategische Motive der Diskursteilnehmer belastet ist, sind nach Apel strategisch-konterstrategische Maßnahmen erlaubt. Es besteht aber dabei immer noch die Pflicht, an der Verbesserung der realen Diskursbedingungen zu arbeiten und einen idealen Konsens anzustreben. Diskursethik Teil B vermittelt zwischen der rein kommunikativ, konsensorientierten und einer nur rein strategischen Rationalität mit dem Ziel einer Verbesserung der Anwendungsbedingungen der Diskursethik. Diese Gedanken zur Diskursethik B, die finden sich in einer Aufsatzsammlung von Karl Otto Apel, die in seinem Todesjahr herausgekommen ist, nämlich 2017. Die Aufsatzsammlung heißt Transzendentale Reflexion und Geschichte Berlin 2017 herausgekommen. So. Am Schluss möchte ich noch mal betonen, dass die Philosophie Apels viele Überschneidungspunkte mit der Diskursethik von seinem Freund Jürgen Habermas hat, wobei aber Habermas im Gegensatz zu ihm eine Letztbegründung der Ethik für unnötig und auch unmöglich hält. Ich habe ja zu der Diskursethik von Habermas bereits ein Video hochgeladen, das ihr euch auch noch anschauen könnt. So, das war schon meine Vorstellung von Karl Otto Apels Versuch einer Letztbegründung der Ethik. Tschüssi!